Mit dem Fahrrad nach Monschau. Oben angekommen in Ruhrberg. Da geht es jetzt runter. Schon ganz schön warm hier. Im Sommer 2021 ging unsere Tour mit dem Faltkarawan in die Eifel. Unser Stellplatz befand sich auf dem Campingplatz Camphammer in dem gleichnamigen Ort. Dieser liegt direkt an der Ruhr und ist sehr ruhig und idyllisch. Alles weitere nach dem Intro. Die Eifel-Geräusche Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik Musik Hunde sind auf dem Campingplatz nicht erlaubt. Die Sanitär- und Serviceanlagen des Campingplatzes entsprechen den Angaben und den Bildern, wie sie auf der Homepage des Campingplatzes dargestellt werden. Musik Ferien- und Tagesgäste finden ihren Platz auf der Wiese direkt an der Ruhr. Einen separaten Zeltplatz findet man direkt am Waldrand, etwas oberhalb vom Campingplatz. Fähr- und Entsorgung für Wohnmobile ist hier vorhanden. Musik 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 So, mit dem Fahrrad nach Monschau. Monschau erreicht man über das gut ausgebaute Radwegenetz in etwa 8 Kilometern. Musik 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 Erstmals urkundlich erwähnt wurde Monschau 1198. Bekannt geworden ist Monschau durch die Feintuchproduktion. Musik Der Reichtum, der daraus resultierte, spiegelt sich auch heute noch in den prächtigen Fachwerkhäusern wieder. Diese sind auch nach wie vor noch in einem sehr guten Zustand. Man kann Monschau durchaus als Touristenmagnet bezeichnen. An schönen, sonnigen Tagen wird es hier sehr voll. Musik Jetzt sind wir auf dem Ruhrsee gleich unterwegs. Musik 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 Jetzt sind wir hier in Ruhrberg, ey. Als ich in der sechsten oder fünften Klasse war, hatten wir hier eine Klassenfahrt hin. Da oben gibt es irgendwo eine Jugendherberge. Oben angekommen in Ruhrberg. An der Kirche. So, heute sind wir auf dem internationalen Platz Vogelsang. Mal gucken, was es hier so alles gibt. Muss wohl ganz schön was zu wandern sein hier. Vor allen Dingen ganz schön steil rauf und runter. Schauen wir mal. So, da geht es jetzt runter. Die muss ich aber auch wieder rauf. Neh. Musik Leute, hä? Ich werde alt. Schon ganz schön warm hier. Aber ich glaube, ich habe fast wieder geschafft. Ich bin fast wieder oben. Alter, ist das heute drückend. Scheiß da rausgesucht dafür. Musik 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 Musik